Hallo Leute und willkommen auf dem Kanal Dicke Money Tutorials Ich habe mir einen Fun mit einem neuen Projekt hier und es heisst Quack und der Quack ist ja ein Multiplayer, wo mein erstes Killman so läuft mein erstes neue Ding auf dem Hypixel-Server hier in der Beschreibung und es macht so übel Fun Du kannst nicht sterben, aber du kannst nicht immer mitspielen und das Ziel ist glaube ich, der, der am schnellsten 25 Kills hat und der gewinnt dann, und man bekommt Coins und kann dann auch weiter kaufen ich finde das eine geile Idee, auch wenn es etwas komisch ist mit dem Teil zu hauen aber es ist doch eine geile Idee immer zurück übergeil Was, ich habe ihn doch genommen Ah, ok Hier habe ich alleine ein Slack gehabt, damit es leider gefüllt So, machen wir da Ey, wir sehen uns Black of Psy-Skills Nein, Spass Nice, macht Wurlaune, das ist so witzig Eigentlich habe ich schon gewonnen, das erste Mal noch habe ich nicht mehr gewonnen knapp nicht da Ist geil gewesen, man ist geil gewesen Und es gehört aus wie ein paar Camper sind So, machen wir gleich Dribble-Kill oder zweifach Alter, läuft das, Mann Ich bin ja nicht wieder Ich konnte den Breakdack aus, von dem her kann ich schon zocken Und dann bin ich der Werner, der Hund Da, ein Camper Wo haben wir gerne, wenn es läuft Ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Ich kann nicht mehr Ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Ich kann nicht so viel schnurren Weil ich bin da Konzentriert Nein Weil es nicht so einfach ist Oder Philip könnte ein guter Gegner sein Wie, Töff Ja, ist es auch Ja, der ist auch ein guter Gegner Schon elf Kills Der gewinnen wir sind wahrscheinlich nicht Ja, genau Boah, acht Ich muss aufholen Oh, wieso hält jetzt den einen, Mann Ja Ich gehe gleich wieder ab Nein Jetzt noch eine Phase Oder Nebenwischungsele Ich habe noch nicht zu reden Und ich bin recht konzentriert Um da mal ein paar Kills Double Kill, Mann Nein Der dritt kommt noch her Und ich habe ihn nicht Schade Da steht sogar Double Kill So machen wir das, Mann Von oben Oh, oh Jetzt haben wir Ja, Mann Von hinten Schön von hinten genommen Boah, ich bin vorne, Mann Ja, se Nein Nein Ich habe das auch nicht gemeint Er hätte Ah, nicht so schlimm Nein, ihr merkt auch Ich habe viel Tampfel dran Wenn es sogar Ich habe keine Camper da sind Und wo nicht attacken Dass das Game Campen ist Dass es nichts bringt Ist doch immer geil Ist doch immer geil Ah, ich komme doch nicht mehr durch Jetzt werde ich sterben Oh, Mann Nein Sechzehn Ich meine, jetzt gehe ich Jetzt gehe ich ein bisschen Före da Ja, heute mal fehlt es Zum Springen Das ist bitte ein Kack Aber da gibt es leider Oder der Oder der andere Nein, der andere Geht jetzt noch Der hält mich da Nein Nein, Mann Wir merken vielleicht auch Ich bin nicht gewünscht Ich bin nicht gewünscht Ich bin nicht gewünscht Mit dem ich meine Kollegen Und so Ich gehe auch immer Ich gehe auch immer Also So läuft es, Mann! Es ist nicht so einfach, Mann! Nein! 9-10, Mann! Es schaffen wir, guck! Es schaffen! In Minecraft ist einfach immer wieder erstaunlich, wie viel zusammen man machen kann. Das ist extrem großartig. Da kann man nicht jedes Game noch mal machen, wenn man es nicht so will sagen. Und das ist auf Abnahme, Mann! Nicht jedes Game. Ich kenne ein paar Rebe-Gleck-Ups 2. Hunger Games. Okay, Hunger Games sind ja kein Game, aber im Film, aber eben. Kann man auch gut abmachen. Aber so noch mal. Nein, ist geil, Mann! Vor allem online. Such sich Minecraft-Ficket-Pit. Ich will jetzt mal so sagen. Ich komme noch drauf an. Mach die Fahne im Planeten. Bei mir ist es so mal. Weil wir sind jetzt einfach mal langweilig. Das kennt, glaube ich, jeder. Oh, probieren wir da ein... Nein! Oh ja, den hat er mitgenommen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Es sieht jetzt mal so aus. Wer weiss. Haben wir noch schlechte Phasen? Nein, haben wir nicht! Oh, der letzte, der letzte Mann! Wir haben einen 360. Das wäre noch übel. Es wäre schön, es wäre sehr schön. Ich hoffe, es legt einfach nicht. Es wäre noch ein bisschen traurig für euch. Und für mich, ja. Wie geht die Runde da? So ein Gleck, da ist wahrscheinlich nicht so schön. Nein! Nein, Mann. Der letzte. Oh, ich treffe der letzte. Du sollst rein da auf. Ja, es geschafft, Mann. Geile. Gewonnen man, ich sag nur WON THE MATCH Dann jetzt als 8 So läuft es man Geil Gerade die Move nehmen gewonnen Seht ihr dann noch kurz wie es hier läuft Also jetzt sind wir hier in der Lobby Und wirklich ist geil gemacht Das habe ich schon ein paar mal gesagt Aber es ist geil, da alles um einsteigen Und da Seht ihr meinen Job Jetzt habe ich schon 100 Coins bekommen Geil Ich habe vorhin 5,50 5 Von mehr aus 100 Coins Es werden noch mehr andere sein raus Aber das wird glaube ich ein Projekt sein Ein neues Projekt Das auch 2 Tage raus Das sehe ich alles noch Aber ich glaube eine Folge lang Fast sehen wir Wie lange es geht 7 Minuten haben wir jetzt Das ist doch groß für den Anfang Ich hoffe euch gefällt das Projekt Schreibt mal in den Kommentar wie ihr es findet Wenn es auch gefällt Machen wir es weiter Und dann geht es zum nächsten Mal Heute könnte ich gerne mal anfangen Schaffen wir 3 Likes Schaffen wir 3 Likes Das wäre sehr geil Schreibt mal in den Kommentar Und dann machen wir eins weiter Oder ja gar nicht Easy The Lloyds please Gerabte Und dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020